Habe ich natürlich absolut nicht mitgekriegt. Oh nein! Oh nein! Das waren 83 Prozent! Oh Mann, hier muss ich nachladen. Gut, verdammt! Ganz vorsichtig. Ich hoffe, dass ich dadurch eventuell die dazu zwinge, dass sie sich bewegen müssen. Ich habe sogar Damage gemacht, gar nicht mal so schlecht. Das Problem wird jetzt sein, mein Nahkampftyp hier. Ja. Ende, ihr Lände. Geil. Okay, jetzt hauen wir dir erstmal auf die Fresse. 100 Prozent. Bäm. Ähm. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Schöne Flanke auf jeden Fall. Und damit ist Missotti die nächste Runde auch wieder verletzt. Wenn sie nicht sogar noch stirbt. Cool, der explodiert. Das hätte ich vielleicht wissen müssen. Und Missotti ist tot. Oh nein. Wir kommen aber nicht zurück, mein Freund. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Mit dem Zurückkommen. Oh. Oh. Das ist das einzige Spiel, das ich kenne, das dir das Gefühl gibt, dass du es besser nicht angefasst hättest an diesem Tag. Ja komm, 50 Prozent. Und warum nicht? Ja, verhau den auch noch. Scheiß drauf. Ich werde so sperren. Oh. Oh. Ich will wenigstens eine Flanke auf irgendwie. drehen. Vielleicht noch einen Zug gehabt hätte. Ich habe ja noch ein bisschen... Na ja. Okay. Jetzt kriegen die einen extra Zug, nur weil sie... Geil. Reaper auch tot. Geil. Ich freue mich. Ich bin alleine. Das sagst du mir jetzt. Nein, wir werden jetzt nicht abbrechen. Das wird durchgezogen. Der nächste Pod. Aber das ist mir egal. Das ist mir alles egal. Nein, das tust du jetzt nicht. Mein Kontroll resist. Ich hole mir jetzt dieses verfluchte Ding. Und wenn es mich alles kostet, ist mir egal. Aber das ist jetzt eine Sache vom Prinzip. Ja, aber ich bin noch da. Warum... Ich tatsächlich noch einen Schritt hier blank gehen, damit es funktioniert. Aber es funktioniert einfach gar nicht. Sehr schön. Warum nicht? Weil disoriented, oder? Weil disoriented, oder? Ach... Ursel. Mensch Ursel. Mensch Ursel. Geht doch. Jetzt ist Ursel auch hin. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich schon so am Arsch bin. Das nicht mehr so lange dauert, bis der Run hier voll für den Po ist. Aber wir machen natürlich weiter, bis es gar nicht mehr vorne oder nach hinten nach vorne links oder rechts geht. Ja. Aber macht euch schon mal drauf gefasst, dass es ein zweites Playthrough geben wird. Ich muss dann jetzt auf jeden Fall erstmal los. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis dahin. Tschö tschö. Tschö. Schö tschö tschö tschö.